Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu einem Lebenszeichen. Momentan seht ihr von mir auf YouTube relativ wenig. Das liegt daran, dass ich einfach keinen großartigen Bock habe, auf YouTube Videos hochzuladen, weil ich mich mit der Plattform momentan nicht so ganz identifizieren kann. Aber dafür geht es mir trotzdem gut. Ich streame momentan sehr viel, genauso wie heute. Ich habe heute Geburtstag. Ich werde 38 Jahre alt und habe keinen Bock, mich zu besaufen, rumzufeiern. Deswegen habe ich mir gesagt, ich streame heute ganz gemütlich mal. Wir werden jetzt gemütliche 13 Stunden streamen. Und dann wird das COD kommen und dann werden wir noch ein bisschen COD zocken. Und darauf freue ich mich und dann werden auch sicherlich mal wieder ein paar COD-Videos kommen. Und ihr könnt dabei sein. Link zum Stream findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Gutschuss, bis gleich. Euer Commander.